Was ist das denn? Ja, vielleicht die Artillerie oder sowas noch mal bauen. Oder ein Trockendock, was auch immer das bringt. Aber ich denke mal, damit könnte man gute Schiffe bauen. Wohlstand erstmal. Toe. Ja, das könnte wohl vielleicht erstmal mit der Artillerie dagegen. Komm, die Artillerie verliert natürlich wieder. Ja, das war klar. Und die zweite auch noch. Ey, sag mal, das kann doch nur ein Berechnungsfehler sein, oder? Gut, die kriegen einen Stadtbonus und alles. Aber gegen eine Artillerie, hallo? Nicht auch zum Bombardieren da. Die Artillerie? Hm. Ja, schon. Aber du kannst damit auch gut Städte einnehmen. Hm. Oh, jetzt kommt's. Katapulte gegen Artillerie. Okay, die Katapulte hatten diesmal keine Chance. Du, 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 du. Es geht doch. Langsamer. Doch geht's voran. Äh. So. Dann agriert hier mal wieder aufwärts. Da haben wir auch noch eine Artillerie, die wir nachschieben können. Oh Gott, ist die weit weg. Ähm. Macht irgendwie irgendwie keinen Sinn, da hinten eine Artillerie zu bauen. Ja. Nicht wirklich. Sagen wir mal so. Oh, in drei Runden wird's auch nice. Ähm. In zwei Runden. Was hast du denn dann? In zwei Runden habe ich einen Mount Rushmore. Oh. Ist das nicht ein Berg? Ihr habt das Plastik entdeckt. Ja. Okay. Haha. Ich hab nen Berg. Äh. Gut. Ich bau ein Berg. Ich hab Plastik entdeckt. Ist das nicht toll? Das kann ich Playmobil und so machen. Ja, toll. Juhu. Irgendwie Atombomben machen. Playmobil. Wat, Atombomben? Ja. Dafür brauchst du Plastik? Really? Ja. Echt? Nein. Kein Plastik. Ich glaub nicht. So. So. Jetzt kannst du hier mal langsam hier durch. Hier so. Ne? Und so. So. Findest du wieder amüsant. Amüsant. Was denn? Das ist das Panzer gegen, äh. Keine Ahnung. Was verlieren? Hey. Von acht Panzern hab's noch fünf Übris. Und so drei, vier Städte niedergebrannt. Juhu. Und noch eine Stadt. So. Wo warst du die? Ja. Ähm. Sogar ziemlich am laufenden Band. Merkst du? Ich bin ja nicht so ein Barbar und Plünder hier alles und brenn's nieder. Ach. Quatsch. Quatsch. Ja doch. Ähm. Bin doch nett. Natürlich bist du nett. Äh. Kann alles nieder. Ja. Fakkelmann und Söhne oder wie war das? Ähm. Ja. Vor allem gehen wir auch langsam die Truppen wieder aus. Ich wusste schon warum ich sparen wollte. Ah das Artillerie Stadtbeschießen macht die Stadt nur kaputt oder? Ja. Ja. Äh. Ja. Belagerungsstrategik ist das. Strategik. Ja. Ich bin auch Strategik. Strategie. Ähm. Schalalalalala. Lalalala. Lalalala. Weil die Einheit selber da kriegt ja auch keinen Schaden davon leider. Äh. Nicht wirklich ne. Ähm. Wie. Da kommt wie immer ein Hubschrauber an. Ist ja ein Ding. Ma. Mami. Brauche ich ja doch jetzt Sam Infanterie oder wat? Hm. Vor allem wenn der jetzt mit dir an dem Strang zieht oder sowas. Äh. Mit dem habe ich nämlich auch noch Krieg. Äh. Hm. Ach. Alle drei erwischt. Gott sei's gedankt. Weil bei jetzt strategisch ein bisschen blöde. So. Wo ist er denn mit seinem Hubschrauber? Würde ich hier mal ne Sam Stellung einsetzen? Na. Na. Nicht ihr. Natürlich. Ein paar Reiter machen meine Artillerie in den Eimer. Ähm. Oh das macht doch richtig Sinn. Hm. Hm. So. Schalalalalalalubi. Schilililalalai. Oha, Spanien ist fast ausgelöscht, ne? Wahrscheinlich. Ne, das ist das Inka-Reich. Hm, tja. Ich dachte, die würden alle ein bisschen schneller platt gehen, ne? Oha. Ach, das war's schon. Oha. Wenn nicht heute, dann morgen, ne? Oder so. Ähm. Schauen wir mal. Ey, so. Weil das der Typ jetzt Hubschrauber hat. Das ist ja ein Ding. Gefällt dir wohl gar nicht. Hm? Die hat er nicht. Ich meinte, gefällt dir wohl gar nicht? Ne, überhaupt nicht. Ja, genau. Die würde ich nehmen. Was mit denen hier? Na komm, jetzt mach den platt hier. So, vielleicht MG schützen. Obwohl, die heilen gut. Wenn ich die jetzt kaputt kriege. Ähm. Ja, die sind eigentlich mehr für die Hubschrauber und so gut. Äh, zum Stattverteidigen eigentlich. Na gut, sind eigentlich beides mehr so Verteidigungstruppen. Aber na gut. Oh, ich glaub, ihr macht mal Wohlstand. Was habt ihr denn Schönes gebaut? Noch ne Artillerie. Die ich auch nie ausfliegen kann. Hä? Warum wurde das gesenkt? Schweine backen hier. Hä? Da stehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Liegt eh da hinten am A der Welt. Ja, wie wär's, wenn ihr mal rumkutschiert, ne? Und was sollte das denn hier? Einfach das Ding hier einnehmen. Das ist meine Stadt. So. Äh, gut. Aber Madrid hält sich auch ziemlich wacker. Muss man mal sagen. Ja. Oh. Aber irgendwann musst auch du sterben. Hab ich mal gehört. Jawohl, ja. Äh, so. Die sind auch soweit heile und ganz und können gleich los schießen. Wop. So, er hier muss sich wieder heilen. Ui, 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 ui. Lang hat's gedauert, aber endlich wird's gut oder so, ne? Ähm. So. Madrid ist mein. Fürs Erste. Ähm. Ja, macht mal irgendwas hier. So, ja, Straße kehren und schön machen, ne? So. Ja. Äh. Und weiter. Und Barcelona hab ich zwischendurch mal wieder verloren. Ey, ich könnt kotzen. Weißt du, ich bin nur mal mit der Atelier runter und wollte die Dings drauf und zack hat er irgendwie Mannekes draufgepackt, ne? Und schon war's seins. Und schon war's seins. Oh, ne? So ohne groß kämpfen und so. Ja, strategischer Fehler und schon bist du weg vom Fenster, ne? Ähm. Sag mal, sag mal, bist du grad am Zug oder so? Ja. Okay. Okay. Weil ich hab mich grad gewundert, ich kann nix machen und so und irgendwie klingt das so ein bisschen. So. Luftschutzkeller. Na super. Hm. Kraftwerk, Kohlekraft. Ne. Krankenhaus. Was bringt das? Nix. Ähm. Na gut, bauen wir mal ein Krankenhaus. Sind wir mal sozial? Hehe. So. Ähm. Sam Infanterie. Ja, wäre nicht schlecht. Der mit seinen blöden Hubschraubern. So. Da halten wir auch Sam Infanterie. Ja, das ist eigentlich auch hier Dingens. Äh. Ja, Stadtverteidigung Fluss 20. Das wäre schon nicht schlecht. Den hier löse ich jetzt einfach mal auf. Ja. Und. Ich hab dich aufgelöst. Ja. Löst du den auch mal auf? Ne? Toll. Finde ich ja super von dir. Hm. Warten auf Reaktion von Snooby. Aber sowas von. Hallo? Ach, bin ich raus oder was? Keine Ahnung. Ich hab doch gerade schon gesagt, dass das irgendwie komisch war. Warte, mach mal lieber Abspeisern hier. Ja, besser ist sich das. Ähm. Ja, hab's. Gespeisert. Ne, ich hab's. Ah, fuck, darum. Ich hab'n Disconnect. Du hast'n Disconnect. Mann, haust du rin und so. Bis... Ja. Bis derweil. Bis derweil. Ne? Ja, wunderbar. Ähm. Und. Tschödel. Tschödel. Bis die da hier denn. Jo. User disconnected from your channel. So. Okay, okay. Ach. Okay, ich will das spielen. Hm, ja. Weiter warten bringt nichts. Äh, jetzt speichern. Ähm. Jetzt bänden. So, ich glaub, ich hab's gerade gespeichert. Ne, anders kann ich jetzt. Ja, glücklich. Speichern und weiterspielen. Ähm. Jo. Gut, äh, bevor das gleich noch in die Hose geht. Ja, okay, mach mal. Danach du... Ja, weiterspielen. Hallo. Ist der doof? Okay. Stimme abgeben. Okay. Interessant. Also manchmal doch irgendwie. Gut, dann danken wir natürlich fürs Zuschauen. Und, äh, ich hoffe, das Speichern hier auch wunderbar funktioniert. Und tralala. Ja, ansonsten, äh, ja, war's das wohl dann auch mit dieser Runde. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und, äh, ja, irgendwie immer so, kurz bevor wir dann doch mal endlich hier so richtig raschen können, bricht irgendwas zusammen oder sonst sowas. Aber naja, gut. So ist es halt. Und, äh, mal schauen, ob wir es dann die Tage immer weiterdrehen oder, äh, oder weiterspielen. Besser gesagt, oder so. Wie auch immer. Und, äh, ja, ne, bleibt uns gewogen. Und ich hoffe, demnächst vielleicht auch mal, ähm, in einer größeren Runde mit Tümers und so noch dazu. Das wäre natürlich noch wünschenswert. Und irgendwie hat es sich mein Spiel komplett aufgehangen, glaube ich. Äh, ja, das finde ich jetzt toll. Okay. Gut, also denn, bis zum nächsten Mal. See you later.